Nein, kommt es nicht. Wieso? Das Spiel ist schon gelaufen. Ja, richtig. Traurig, aber wahr. Jetzt kommt kein Spiel, jetzt kommen die Preise. Jawohl, für die, die gut gespielt haben. Ja, so ist es. Unser Spiel macht selber Spaß ist zu Ende und alle, die uns den bestgemalten, gedichteten oder gewitzten Spaß zugeschickt haben, werden hier heute vorgestellt. Zuerst die drei, die uns in der letzten Woche die besten neuen Späße brachten. Und dann die allerbesten zehn Spaßmacher von allen, von den letzten fünf Wochen. Die gewinnen was Tolles. Jeder... Oh, oh, Puck. Was ist, Agatha? Willst du jetzt alle die Preise verkünden? Freilich. Was sonst? Ich weiß nicht. Etwas fehlt mir noch. Besser gesagt, es fehlt noch jemand. Wie, wer? Ach so, natürlich. Wo ist der? Hallo? Herr Mausi, hallo. Was ist was? Ach so, ich habe gerade an euch gedacht. Ich hätte da was lächerliches zu gucken. Und zwar? Na bitte, da.